Auf jeden Fall ist noch viel drin. Es ist immer noch bloß mein drittes Profi-Jahr. Auf jeden Fall kann ich mich noch extrem steigern, aber ich möchte vielleicht mal was anderes machen. Das ist jetzt der dritte Jahr, in dem ich die Kompetenzen mache. Aber ich möchte sagen, dass ich eine regularisere Sache sage. Jeder spricht gerade über Mass und Symmetrie, besonders wie Sean Ray sagt, dass er eine schlechte Sache mit seiner Mass. Ich denke, dass ich an diesem Tag, wenn wir alle auf der Szene gehen, dass wir beide zusammenfassen haben, die Mass und die Symmetrie. Sean Ray braucht auch seine Masse, sonst hat er keine Chance. Es gibt keinen Trend meiner Meinung nach. Man muss die Athleten vergleichen und dann sieht man, wer an diesem Tag besser ist. Ich versuche dich, wenn wir alle auf den Türen gehen. Ich versuche dich, wenn wir alle auf den Türen gehen, wer an ihm nicht mehr veruret, keiner will. Applaus 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 In general, I think bodybuilding is first and foremost a sport about muscle because it's called bodybuilding. It's not fitness, it's not fat loss, it's about building muscle, mass. And of course, so I think that's first and foremost. And after that, I think, nearly on the same par, but maybe not quite the same, would be the shape and symmetry. And obviously hardness plays a large, large part. So I feel that all the talk about the judging and everything, it kind of just depends on who you're talking to. If you're talking to somebody with good shape, they're going to say one thing. And if that's the main emphasis of their training and their physique, if that's their asset, they're going to talk about that and think that should be the main criteria. And if you're talking with somebody with more muscle mass, they're going to say, well, it should be more mass. And I feel that the total package and some of the things people are saying about that is true. But I think first and foremost, it's about muscle mass. Thank you. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020